Willkommen zurück zu Darkest of Days! Willkommen zu Manus Ex Machina! Ja, was für ein Glück, dass wir hier sind! Und ich bin im Übrigen Evil Grin und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid! Das war aber ein Balance-Akt, eben nicht die Überlebenden zu erschießen! The Russians have overrun a German camp not far from here! We need to push them out! Da ist das Lager nicht weit von hier, und zwar in diese Richtung. Dran denken, wir sind jetzt hier Deutsche. Heißt, wir sollten nicht überenthusiastisch unsere alten Freunde begrüßen. Das sind neue Freunde. The Germans need some help! Let's get things moving their way again! Der Schreiber wird nicht verraten. Der Schreiber wird nicht verraten. Der Schreiber wird nicht verraten! Die Fenster ist aufhörbar! Und das ist ein Schreiber wird direkt durch den Schreiber gesetzt, 're! Ja, ich glaub ich hab gewonnen. Ach, dieser Akzent, ist das nicht wunderbar. Wo wir so sprecken könnten. Ah! Meine restlichen Chaser kommen zurück. Ah, okay. In diese Richtung, hm? Ich weiß nicht, was passiert. Oh! Einmal in den Fuß. Komm auf die Infernung! Komm auf die Infernung! Ah, der hat den richtigen Helm auf. Der darf weiter leben. Ah, der hat den richtigen Helm auf. Der darf weiter leben. Ah, der geht. Wir können nicht auf den Weg! Ah, der ist die Linke. Ah, der geht. Ah, der geht! ACH DER ST- ACH DER ST- Im Gefechts- Lärm Keep on them! The Russians don't have enough troops to hold! Keep on them! Ich benutze davon sowieso viel zu wenige. Wachstum, wachstum, wachstum! gut gut, dann können wir uns auch da drücken schalala, ganz entspannt und nur ein kleines bisschen gestorben ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich das genieße in einem Spiel zu spielen, in dem ich hin und wieder halt mal mit einem Gewehr schießen können muss statt einfach nur den Abzug zu drücken und zu warten, dass genügend Geschosse den Gegner getroffen haben zugegeben zugegeben, wir haben auch seine Waffen, aber was mag denn da passiert sein die laufen aber ganz entspannt das ist nicht die Arbeit der Russischen ich fühle mich wirklich schlecht über das ich habe die Opposition-Fuck-Nuts die Opposition-Fuck-Nuts die 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 Äh, ja mit der Waffe sollte das kein Problem sein. Wo müssen wir hin? Ah, okay. Oh, shit, balls and tiddlywinks. Think we've opened Pandora's box, and inside a dozen hornets' nests tucked under the nutsack of a rabid- We gotta get up to that artillery battery, even though I think we're too late. Ja, einfach dem Weg folgen. Dafür brauche ich jetzt allerdings keine extra Anweisung. Oder vielleicht doch, wer weiß. Oh, man. Those agents came in and killed everybody. Not that the Krauts deserve any pity, but still, they get slaughtered like this. Like my mama would say, it's a sin and a shame, but we got work to do. We cannot let the Russians win this battle. Things are foobarred enough already, but we still got a chance to pull this off. Stick with me, my friend. It's time to set things straight. Alright. Over here. Get on this howitzer, McCall it. Alright, buddy. We're the new German artillery crew. Start by hitting that farmhouse. You should remember it. We were there not too long ago. Oh, as well. Fierce. Ich bin kein guter Hauptwitzenschütze, ich bin eher so der Panzerabwehrgeschütze. Direktfeuer ist so meine Hauptwitz. Es ist kein Wunder, dass die Gegner so talentiert waren. Jetzt füge ich die große Hütte. Gut, gut gut! Jetzt, wenn meine Begrüßungen sind, wir sollten in der kleine Hütte bereit sein. Quick, hit die Bühne! Die Deutschen sind durch. Die Soldaten sind wie die Schrauben geblieben. Aber wir werden darüber beschäftigen uns später. Mehr agents in kommen! Du bist der Drill, Soldat. Geh sie aus! Alle Fortschritte mit extremem Prejudice! Drei Hartmann? The We sure did something to piss them off today, but we dialed in the artillery support for the Germans so we still got her done. Them Krauts are getting together another push, but I think they need some leadership. Some maniacs gotta get up and cross that trench line, then the rest of them will follow. Juhu! Ja, mit der Waffe. Und nachdem das ganze Gebiet durchbombardiert worden ist, ist, dass wir das ganze Gebiet durchbombardiert werden können. Los, 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 los! Okay, ein Wort, das sie richtig artikulieren konnten. Los, 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 los! Ah, schade, das ist jetzt schon vorbei. Jetzt muss es gerade angefangen hat Spaß noch machen. Das war precision work, gentlemen. Timestream status für diese portion of World War I has returned to normal status, no aberrations. Ja, ah! Ja, ja, ja. Vier Punkte. Hey Morris, why the long face? Okay, wo führt uns das Glück als nächstes hin? Der schmale Punkt oder wer ruft der Rebellen? Nun ja, da haben die Reihenfolge immer so eingehalten. Ja, ja. 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 Natürlich, das wird nicht genau so einfach werden. Da wir nur 21 Minuten offensichtlich für die erste Episode gebraucht haben, für die erste Mission machen wir jetzt den zweiten direkt im Anschluss. Juhu, Scharfschützengewehr. Ah, schön. Und ich dachte, die DNG... All right, this gun does things a bit differently, so listen up, okay? The gun figures out distance, windage, humidity, all that for you. When you sight in, you use alternate fire to bring up the firing solution for that target. Now, you're gonna be shooting at that, not the actual target. And we can't leave this behind, so if we get in a bind, you need to set the gun self-destruct. Most of all, don't shoot Petrovich, got it? Ach, nicht? Aber gut, dass du das sagst. All right, we're here. Looks like him. Yep, blue eyes. Take him out. Target down. Is that thing a fucking cannon or what? One more. Get him, before he's out of range. Hot damn, another subject neutralized in ass-kickin' fashion. Hot damn, another subject neutralized in ass-kickin' fashion. Two confirmed kills. I can't make out the other targets from here. Let's get up ahead of them. Okay. Get that rifle set up. I'll call out the target. Also, ich muss dazu sagen, ich find's schade, dass man, dass das Spiel keinen Erfolg hat. Ein zweiter Teil wäre eventuell noch, äh... Was? Is this too easy for you? Zu einfach? Wenn ich mir so vorstelle, was noch man hätte machen können. Schlachtfelder mit den ersten Schusswaffen, ne? Und, äh, äh... Und, äh, äh... Ah, ja. Ich denke, half his guts are over the next mountain range now. Aber auch all diese Waffen, das Spiel ist so gut eigentlich gemacht worden. Wäre da nicht dieser dumme, äh, ja, diese dumme Eigenart... ...der NVIDIA-Leute gewesen? Halt ihre Sachen für andere Leute. Oh. Das Ding würde ich ja sogar haben wollen, wenn ich nicht Besseres zu tun hätte. Das Ding würde ich nicht sagen. Das magische Geschossvorhersagegewehr. Habe ich den richtigen? Ich kaufe mal. Ich hoffe mal. Hier ist so viel Leidenschaft in dieses Spiel gegangen. Bewege ich die Gezeela. Ich muss mehr Punkte ins Nachladen von Pistolen in Bestian offensichtlich. Ich meine, das Spiel ist alt und man sieht es stellenweise schon. Aber gemessen an dem, was andere Spieleentwickler mich gezwungen haben, sozusagen. Ich würde sagen. Hm? Okay. 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 Ich würde sagen. Gemessen daran, was ich so anderes noch tun musste, ist dieses Spiel hier einfach göttlich. Und deswegen spiele ich es ja auch wieder und deswegen möchte ich es auch mit euch teilen. Darkest of Days, zumindest im Steam-Store, ist seit Jahren nicht mit einem Rabatt zu bekommen. Wenn ihr es irgendwo günstig bekommen könnt... Es ist es total wert. Aha. Und ich würde sogar behaupten, selbst wenn ich das hier so durchgespielt habe, ist es nicht das letzte Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Das ist es. Wir müssen die resten von hier rausnehmen. Sie sind auf der Straße gehalten, lass mich mal schauen. All right, ich habe sie. Sie sind gerade aus dem... Oh! Oh! Shit! Oh! Fuck! Fuck me! Any fucking day now, brother! There's brakes all over me. Fuck these brakes. Ah, es war ja klar, dass was schief. Musste ja. Toast miekul đến. 넣� β钱... eps! Oh! Und... Oh! Zer fill. Oh! Oh! These? Oh! 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 Also gut, wenn die Ecke schießen, hat das Gewehr nicht drauf. Aber durch Wände und Türen und Fenster, das ist machbar. Die Ecke schießen, die Ecke schießen. Schade, so ein schönes Gewehr. Oh, schade. Ich glaube irgendwie. Ah, ich laufe schon mal ein bisschen vorher. Ich kann nicht abwarten, in meine Zelle zu kommen. Glücklicherweise ist das Erster Weltkrieg, das heißt unsere Überlebenschancen sind noch verhältnismäßig existent. Oh, ist ja süß. Vorsicht, Stacheln am Draht, ne? Könnte wehtun. Das Wetter hier stört mich gewartet. Oh, hier wollen wir spielen, wie süß. Unverschämtheit. Schön, wie die Hunde im Chor bellen können. Es ist natürlich klar, dass wir nicht lange hier bleiben. Finte Petrovic stirbt nicht. Guter Plan. Ja. Oh ja, was immer du sagst. Nützlich die Karte gerade. Guter Plan. Guter Plan. Guter Plan. Guter Plan. Bei dem kann man ja lesen. Hallo Freund. Du bist der Amerikaner, was ich über das gehört habe, ja? Ich bin Matvej Petrovic. Was tun Sie? An English lesson are you having? Here is a new phrase. Execution for attempted escape. Soldaten. Bringt ihn zu meinem Untersuchungsstandplatz und versammelt die Gefangenen. Eine neue Mitgefangenen, Matvej Petrovic, hat versucht zu fluchten. Ich verstehe nicht, wie er es als Giss unter unserer großzügigen Gastfreundschaft spugen kann. Und jeden hier in tödliche Gefahr bringen kann. Nur durch unser glückliches Mitgefuhl seid ihr gefangen. Wir müssen euch nicht festgeben und eure jammelige Körper schützen. Wir geben euch nicht nur Essen und Schutz. Die Immobilien können euch auch gewöhnen, ehrliche Arbeit wie echte Männer. Aber dieser Petrovic hat uns gesehen, dass er ein Kriegling ist. Ein Diem. Und will uns für einiges zu betrogen, dessen Freundlichkeit ihm möglich zu haben. Aber nicht mehr! Ja, aber wie kann man denn auch sich denken, dass... Zwei Wafgen-Kammer! Die Wafgen-Kammer! Die Wafgen-Kammer! Bumper! Die Wafgen-Kammer! Bumper! Du kannst schon ganz im Rauschen-Kammer! Sie hätten sie besser rufen! Vumper! Oh, was ist das denn? Guck! 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 simplify! Wie war das nochmal? Oh ja, jetzt sprecht er meine Sprache. Hier ist natürlich keiner mehr auf der Klage. Ich bin nicht 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 mehr auf der Klage. Das war's. 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 Ich bin nicht mehr mit einem normalen Mann, Gut. Das dann beim nächsten Mal. Danke fürs mitdabeisein. Ich hoffe, euch gefällt's noch. Regulär versuche ich hin und wieder mal gleichmäßig Updates hochzuladen. Aber garantieren kann man sowas nicht.